Konfuzio sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorene Tag. Treffen sich zwei Mäusedamen im Keller. Lange nicht gesehen, sagt die eine. Ging nicht, sagt die andere. Ich bin verliebt. So, in wen denn? Na, schau doch mal dort rüber, da kommt er gerade. Was? Aber das ist doch gar keine richtige Maus. Das ist eine Fledermaus. Und die Verliebte. Wie bitte? Eine Fledermaus? Und mir hat er gesagt, er wäre Pilot. Stimme aus der Funkwagenzentrale. Achtung, Achtung, ich sagte, einen Streifenwagen zur Bahnhofstraße, das nackte Mädchen festnehmen. Und die anderen 26 Wagen sofort wieder zu ihren Einsatzorten. Ewald stürmt zur Haustür rein. Schließ sofort die Vorhänge, ruft er seiner Frau zu. Gutesahnend befolgt sie seinen Wunsch und reißt sich noch in aller Eile die Kleider vom Leib. Begeistert tastet sich Ewald durch das Dunkel zu ihr hin und meint, sieh mal wie wundervoll die Leuchtziffern meiner neuen Armbanduhr leuchten. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöht deine gute Laune um mindestens 400%. Konfuzius sagt, einen Leib mit der 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 Leib Untertitelung des ZDF, 2020